In diesem Video geht es um Fehler, Fehler bei der Grundrissplanung oder anders gesagt, was du bei deiner Grundrissplanung von Anfang an beachten solltest, woher du schlaue Ideen bekommst und was ganz, ganz viele Bauherren meistens auch nicht auf dem Schirm haben, was aber trotzdem mit dazugehört zur Grundrissplanung. Herzlich willkommen, mein Name ist Guido Freiermuth und ich bin der Fertighausgido. Du lernst in meinem Kanal alles Wichtige rund um hochwertige Fertighäuser, aber immer ganz, ganz nah sind wir dabei an deiner Praxis als Fertighausbauherr. Heute sprechen wir über das Thema Fehler bei der Grundrissplanung und der Kardinalfehler Nummer 1 tatsächlich, viele gehen einfach so da rein, der Fehler Nummer 1 ist, du bist einfach nicht gut genug vorbereitet. Gute Vorbereitung ist schon halb gewonnen, sagt der Volksmund, deswegen sollte Schritt 1 für dich immer sein. Mach dir klar, was für dich wichtig ist und schreib dir eine Wunschliste. Dazu gehört dann auch der nächste Punkt, nämlich Priorisieren. Weil ohne, dass ich dich jetzt persönlich kenne, ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nicht alles umsetzen können, was auf dieser Wunschliste steht, weil einfach immer mehr Wünsche da sind, als am Ende noch Geld verfügbar ist. Spielt keine Rolle, ob du für 500.000 oder für 5 Millionen baust, das ist immer so. Und mit der Priorisierung legst du also fest, welche Wichtigkeit die einzelnen Punkte auf deiner Wunschliste haben. Oder auch, was auch ein wichtiges Thema ist, was so wichtig ist, dass das sogar ein K.O.-Kriterium sein könnte. Also wenn der Punkt nicht umgesetzt würde, dann wird das ganze Projekt gar nicht erst angefangen. Zweiter Fehler, der oft gemacht wird, und das meine ich echt ernst, Kataloggrundrisse werden unterschätzt. Viele tun ja Kataloggrundrisse so ab, weil sie nicht verstehen, dass diese Kataloghäuser tatsächlich erprobte Architektur zeigen. Und nicht nur das, Kataloghäuser zeigen häufig auch die Lösungen, die der Markt stark nachfragt. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, viele Kataloggrundrisse haben zwei Kinderzimmer. Und sehr, sehr viele, sogar die meisten Grundrisse in Katalogen zeigen einen Hauswirtschaftsraum und eben keinen Keller. Wenn du jetzt bisher gedacht hast, das wäre Zufall, dann geh ab jetzt mal einfach davon aus, dass das ein Ergebnis von Nachfrage ist. Also die Leute wollen das haben und deswegen zeigen die Anbieter das eben besonders häufig in ihren Katalogen. Noch eine Sache ist spannend, auch aus diesen Kataloghäusern mal gedacht. Es gibt zwar theoretisch unendlich viele Möglichkeiten für ein bestimmtes Grundstück einen Grundriss zu planen. Aber die Menge der sinnvollen Ergebnisse, die ist eben nicht unendlich, die ist endlich. Und Kataloggrundrisse zeigen dir sinnvolle Lösungen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, in neun von zehn Fällen passen diese Kataloggrundrisse als Startpunkt, selbst für eine individuelle Planung. Nimm doch einfach diese Kataloggrundrisse als so eine Art Grundrissbibliothek. Die enthalten dann immer schon die grundlegenden Funktionen, die dein Haus auch brauchen wird. Und mit den Prospektgrundrissen sparst du nämlich dann eine Menge Zeit, weil du musst nicht jedes Mal bei Null anfangen und du musst auch kein Studium machen. Also auch als Nicht-Architekt hast du recht schnell funktionsfähige Vorlagen, wenn du daraus Details übernimmst. Wie zum Beispiel die Treppenabmessungen. Das sehe ich ganz oft, dass in den Grundrissen einfach nur so Dinger reingemalt werden, die aber mit den Abmessungen ja gar nichts zu tun haben. Oder die Türbreiten oder die Flurbreiten. Du nimmst einfach ein Lineal, du kannst das abmessen und dann maßstabsgerecht in deine individuelle Zeichnung übertragen. Also anstatt wirklich dieses Rad komplett neu zu erfinden auf dem weißen Blatt Papier, ist so ziemlich das Schwierigste, was man machen kann. Nimmst du einfach einen Kataloggrundriss, du änderst, was nicht passt, du ergänzt, was fehlt. Und damit kommst du viel schneller an dein Ziel, deinen eigenen Grundriss zu zeichnen. Nächster Fehler, das Grundstück wird nicht ausreichend berücksichtigt. Das habe ich hier in anderen Videos auch schon erklärt, aber ich wiederhole das immer gern, weil es ist einfach so essentiell. Der Punkt ist, kennst du dein Grundstück nicht, kannst du kein Haus planen. Warum ist das so? Guck mal, die Grundstücksabmessungen, ob das Grundstück jetzt eine Straßenbreite von 20 oder von 12 Meter hat. Da hat ein freistehendes Haus im ersten Fall 14 Meter und im zweiten Fall aber eben nur 6 Meter Breite zur Verfügung. Das macht natürlich einen gigantischen Unterschied in der Grundrissplanung. Dann überleg mal, wie die äußere Form von dem Grundstück aussieht. Nicht jedes Grundstück ist quadratisch, manche sind dreieckig oder haben irgendwie ein Baufenster, das schräg oder komplex geformt ist. Das hat natürlich dann direkte Auswirkungen auf den Baukörper, weil du wirst einen sehr unregelmäßig geformten Baukörper bekommen. Also ein Haus mit Vorsprüngen, mit Rücksprüngen, mit Erkern, mit Einzügen und so weiter, mit das Haus so in das Grundstück reinpassen und auch Sinn machen. Oder denk mal an die Topografie auf Deutsch, wie steil oder wie flach dieses Grundstück ist und an welcher Position eigentlich die Höhen sich wie stark groß wirken. Das wiederum hat zum Beispiel Einfluss darauf, ob eine Bodenplatte überhaupt funktioniert oder ob da ein Keller zwingend erforderlich ist. Oder wenn Keller, dann zum Beispiel macht es auch noch einen Unterschied, ist das ein ansteigendes oder ein abfallendes Grundstück, ob eventuell eine Garage in diesem Keller wieder ein bisschen Geld einsparen würde. Apropos Garage, bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich auch die Lage der Straße ist wichtig für die Grundrissplanung, weil du fährst ja von der Straße auf dein Grundstück drauf. Und am Ende, da wo das Auto parkt, da könnte dann auch eine Garage sein oder ein Carport sein und da wiederum in der Nähe, glaube ich, würde dir die Haustürfreude bereiten, könnte ich mir sehr gut vorstellen, um kurze Wege einfach zu haben. Und dann denk einfach mal weiter an die Himmelsrichtung, ist ja irgendwie logisch, du willst Wohnzimmer und Esszimmer zur Schokoladenseite von deinem Grundstück haben, also da, wo auch die Terrasse ist. Und last but not least gibt es ja auch noch dieses große Thema Bebauungsvorschriften, wenn es denn welche gibt, dann haben die auch ein gewichtiges Mitspracherecht bei der Grundrissplanung. Also du merkst sofort, wenn du dich bisher noch nie damit beschäftigt hast, wie extrem das Grundstück dir sozusagen in die Planung reinredet, wenn du also für ein bestimmtes Fertighaus planst oder planen lässt, dann lass das Fertighaus immer so umplanen, dass es zum Grundstück und zu deinen Anforderungen passt. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein Fehler, der oft gemacht wird. Also lass dir den Grundriss anbieten, der dann zu deinen Wünschen und zu deinem Grundstück passt und nur wenn der dann preislich passt, dann ist das die Grundlage für die Bestellung von deinem Fertighaus. Ansonsten kann es dir nämlich passieren, dass diese Grundriss- und Preisänderungen nach der Bestellung, weil wenn du dieses Kataloghaus bestellt hast, dann kommt das ja alles nach dem Auftrag, dann bist du aber schon gefangen und kannst du nicht mehr raus aus der Nummer, dann können die Grundriss- und Preisänderungen dir schlimmstenfalls finanziell wirklich das Rückgrat brechen. Vierter Fehler. Dazu habe ich eine kleine gemeine Frage an dich. Was ist bei der Grundrissplanung die Priorität Nummer 1 der allermeisten Bauherren und wahrscheinlich auch deine? Ich warte mal 3, 2, 1. Vielleicht bist du schon drauf gekommen, vielleicht auch nicht, weil oft ist den Leuten das gar nicht so bewusst. Das Budget einhalten ist die Priorität Nummer 1. Wirklich, Ausrufezeichen. Das ist echt ein Fehler, den viele machen, nämlich den Budgetparameter als Planungsvorgabe aus den Augen zu verlieren. Natürlich kannst du sagen, planen wir mal ein Haus mit 160 Quadratmeter. Dann solltest du aber gleichzeitig dazu sagen, was das maximal kosten darf. Oder du solltest halt sagen, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung, planen wir mal das schönste Haus, das dir dazu einfällt. Also Budget solltest du am besten gleich am Anfang klären, nämlich ob du überhaupt genug Geld verfügbar hast, beziehungsweise ob du überhaupt so viel ausgeben willst, um das umzusetzen. Also das ist immer ein guter Vorgang. Erstmal über Geld Gedanken machen und dann sozusagen mit diesem Geld im Kopf zur Planung schreiten. Und dann weißt du eben auch, wie groß das Haus überhaupt werden darf, damit du in diesem Kostenrahmen bleibst. Und wenn Geld und Größe eben nicht zusammenpassen, sparst du jede Menge Zeit und jede Menge Arbeit, weil dann steckst du gar nicht erst ein in diesen ganzen Planungsprozess. Übrigens noch eine Sache. Wenn das Budget deine Priorität Nummer 1 ist, dann lassen sich viele, viele Fragen viel leichter beantworten. Ich habe zum Beispiel Menschen, die ziemlich am Anfang sind von ihren Überlegungen und ich muss immer grinsen, wenn die dann überlegen, wollen wir jetzt einen Keller oder wollen wir keinen Keller? Und dann vertiefen die sich wirklich in die Details, diskutieren Vor- und Nachteile und das geht teilweise über Tage oder manchmal sieht man die auch nach drei Wochen wieder, dann sind die immer noch nicht klar. Aber der entscheidende Punkt ist doch der, bevor du dich in die Details vertiefst, guck doch mal, ob du überhaupt 80 oder 100.000 Euro mehr ausgeben kannst. So viel kostet nämlich der Keller ehrlicherweise ungefähr mehr, als wenn du jetzt ohne Keller bauen würdest und dann wird das ganz, ganz leicht, die Entscheidung, ob mit oder ohne Keller. Übrigens zwei Sachen habe ich noch, die solltest du auch mit einkalkulieren. Photovoltaik solltest du auf jeden Fall vorsehen in deinem Budget, weil ohne Photovoltaik sind deine Nebenkosten viel, viel höher, als wenn du keine hättest, trotz der Zusatzinvestition, die nötig ist. Und dann Baunebenkosten auch nicht zu vergessen, bitte ebenfalls einplanen, sowohl zu Photovoltaik als auch zu Baunebenkosten. Habe ich in meinem Kanal schon ausführliche Videos online gestellt. Wenn du die noch nicht kennen solltest, schau sie dir gerne an, die werden dir helfen, den Hintergrund zu beleuchten und dann auch zu verstehen. So, das waren die häufigsten Fehler bei der Grundrissplanung. Es wird demnächst noch ein neues Video geben, das sich spezifisch mit den Möglichkeiten der Grundrissplanung beim Fertighaus beschäftigt. Ich gebe mir da noch ein bisschen Zeit, wird eine bisschen größere Nummer. Für heute lass mir bitte einen Daumen da, wenn es dir gefallen hat, teile das Video in den Socials und mit deinen Freunden. Und wenn du Fragen hast, schreib mir gerne, schreib einen Kommentar. Und für heute wünsche ich dir dann von ganzem Herzen viel Erfolg bei deinem Fertighaus-Projekt. Liebe Grüße vom Fertighaus-Video.